Ah, wir sind schon drauf. Ich wollte jetzt eigentlich von der Regie noch so einen Apfel bekommen. Ich kann dir einen runterholen. Ja, aber gib mir erst mal einen Apfel. Ja, das wäre cool. Fang. Ja, das ist nicht lustig. Komm, Entschuldigung, ich nehme den. Ich kann mal, aber das war wirklich eine sensationelle Slapstick Nummer gerade. Komm, fang an. Also, wir machen das wieder wie bei Kaffee oder Tee. Ist mir voll auf die Fontanelle geflogen. Und die ist ja noch offen bei mir. Hätte ich andere Schuhe anziehen sollen? Das ist aber ein schönes Auto. Nee. Hast du das bei einem Posaunenbauer gekauft? Ja, Hallöchen. Hi. Frankchen. Du schon wieder? Ja, ich habe irgendwie ganz viele Déjà-Vus plötzlich. Ja, ich glaube, schön. Ja, wir müssen das vielleicht kurz gleich zu Beginn aufklären. Ja. Das, was wir heute machen, ausnahmsweise weiß ich, was wir machen. Wir gehen nämlich Pilze sammeln. Ja. Das haben wir schon mal gemacht. Und dann aber, dann hat sich herausgestellt, dass wir in Teilen von eines Waldes gedreht haben, die, wo wir hätten nicht drehen dürfen, weil es gibt super viele Waldbesitzer in Deutschland. Und du hast einen Wald und da hat jemand seine Buche wieder erkannt und dann gesagt, das ist doch meine Buche. Das verbiete ich euch, dass ihr da das sendet. Also ich habe mit der Frau noch gesprochen. Ja. Und ich habe das auch verstanden. Wir sind eben nicht auf dem Weg geblieben. Und wir hätten auf dem Weg bleiben müssen. Aber um Pilze zu sammeln, musst du vom Weg abgehen. So, aber das ist eine schöne Symbolik. Ja. Nein, wir sind vom Weg abgebaut. Ja. Aber wir finden jetzt wieder zurück. Heute dürfen wir von den Weg abgehen. Wir dürfen heute alles, wir haben hier Drehgenehmigung. Okay. In dem städtischen Wald der Zwischen runter. Alles klar. Ja, das sind die Wälder, wo meistens keine Pilze sind, aber gut. Wie jetzt? Ihr habt bestimmt welche präpariert. Ja, wir haben welche versteckt. Sehr gut. Wie, aber ist das ein Pilzfeierwald oder was? Nein, keine Ahnung. Aber hier laufen natürlich mehr Leute rum, als in dem, wo wir waren. Aber heute nicht. Heute ist ja nicht, was ist heute? Ist ja nicht Sonntag. Nee. Ist eh am Wochenende. Außerdem wissen die meisten Leute ja gar nicht, welchen Pilz man essen kann. Viele vertun sich auch. Viele kommen nie wieder, gehen in den Wald, essen direkt, bleiben da liegen. Ja. So, und werden selber irgendwann zu Pilzen. Lebendige Menschen essen tote Pilze und lebendige Pilze essen tote Menschen. Das wird total gut, sehe ich jetzt schon. Auf jeden Fall. Wie geht's dir denn sonst so? Ist alles gut? Äh, ja, nee, ich habe morgen noch einen Auftritt, dann habe ich Wochenende frei, was sehr selten ist. Das heißt, ich muss mich um die Familie kümmern, also muss, darf mit den Kindern spielen und das ist schön, das ist eine schöne Sache, dass wir dann im Waldhaus alle Mann und, ähm… Ihr habt ein Waldhaus, wir haben ein Waldhaus, da haben wir auch gedreht, da dürfen wir aber zeigen, was wir gedreht haben, was deins ist. Und da sind jetzt die Hühner und jetzt gerade in dem Moment, als ich hier einfuhr, schrieb meine Frau, wenn ihr früher gekommen werdet, hättet ihr einen Habichtangriff sehen können. Ich hätte ehrlich gesagt ganz gerne einen Habichtangriff gesehen. Ja, vielleicht kriegen wir es hin, dass er noch mal angreift. Ein Habichtangriff. Ja, du musst so einen Huhn ganz hoch werfen, dann muss er nicht so tief liegen. Wir haben ja ein Netz drüber gespannt und eigentlich sind die davon abgeschreckt, aber meine Frau sagte gerade, der wäre, das wäre ihm egal, der ist halt so eine kleine Lücke im Netz und die hätte er gesehen. Eigentlich könntest du die Habichte nicht sehen, wurde uns gesagt, von Jenny, von der wir die Hühner haben. So, und das spricht doch jetzt dafür, mehr Windräder aufzustellen, brauchen wir eh, damit die ganzen Habichte weggerotort werden. Ganz, ganz genau. Wir sind dafür, für mehr Windräder, auch ohne Abstandsregeln. Genau, direkt nebeneinander, dass die so ineinander greifen. Tak du, tak du, tak. So ein Zahnrad, Windrad Prinzip. Das heißt, wir fahren jetzt gar nicht mit einem schönen Auto. Wir gucken erst mal jetzt nach Pilzen. Wir gucken jetzt nach Pilzen. Aber wir können ja, weil das dürfen wir auch, ist dein Auto. Da haben wir eine Drehgenehmigung für. Wir können die Highlights aus dem Gespräch, die wir vor genau einem Jahr geführt haben, die können wir uns jetzt noch mal gemeinsam anschauen. Okay. Der gehört, so ein Posaunenbauer aus Nippes und dann hab ich den, da hab ich da geklingelt und hab gesagt, aber sein Auto verkauft. Und dann hat er gesagt, er wäre gerade dabei, eine Annonce ins Internet zu stellen. Und ich wäre jetzt also vorher da und er würde sagen, ja, warum nicht? Also ich habe keine Ahnung von Autos, wirklich gar keine Ahnung. Ich weiß, vorne ist der Motor, hinten kommt Benzin rein und daraus macht das Auto PS oder was weiß ich. Dann hole ich mal die Sachen. Du hast ja bestimmt auch einen Korb dabei. Ja, mein Korb, den habe ich auf dem Basketplatz gelassen. Wir nehmen einen Korb. Hier ist ein Pilzbuch für Anfänger, vielleicht für dich. Aber ich dachte, du hast alle. Ich habe Ahnung, ja, aber man guckt immer noch mal rein. Okay. Messerchen. Danke. Hast du dein Kokosfett dabei? Braucht ihr das heute? Oder braucht ihr das heute noch? Habe ich jetzt nicht dabei, nee. Wir hätten aber sonst den Zecken-Spray noch. Ja, schmeiß mal her. Aber das ist doch hier, das ist nicht gut, weil eigentlich gibt es doch da ein natürliches Mittel gegen Zecken. Ja, nämlich Kokosfett. Das schmierst du dir in die, naja, in die Ritzen, wo die Zecken, wo es warm und feucht ist. Da gehen ja die Zecken hin und das haben wir beim letzten Mal gemacht. Ich habe es jetzt leider auch vergessen. Aber wir haben das ja jeder bei sich gemacht, ne? Ich bin mir nicht mehr so ganz sicher. Wir hatten eine Vaseline-artige Sache in der Hand und dann sind meine Erinnerungen verschwommen. Ja, ja. Aber es war schön. Ja. Man kann sich hier mit so ein bisschen helfen. Das ist Kokosöl. Verarschst du mich? Nein. Das macht man sich dann so in die, also da, wo es halt fies schwitzt. Unter der Arme oder hier an den Armen, Achselhöhle, Sackfalten. Ich habe da keine Falten. Soll ich es wirklich an Sackfalten? Also wenn ich alleine bin, mache ich immer. Das wollen wir nicht wissen. Das wird toll. Wo gehen wir lang? Herrlich. Ach guck mal hier. Pilze. Was haben wir denn hier? Das Gegenteil von nett? Böse. Unnett. Anders. Gemein. Richtig. Das ist der gemeine Hallimasch. Diese weißen, eckigen Pilze, das sind oft Taschentücher. Mach ich das nicht richtig? Nee, nee, ich mach das, ich mach das wie bei meinen Kindern. Ich lass sie einfach machen und guck nicht hin. So, jetzt riech ich mal dran. Also hier steht süßlich, mehlartig. Für mich ist es auch so spermaartig. Das haben ja viele Pilze, dass die nach Sperma riechen. Das ist da auch so. Oder? Nee. Nein, das ist ganz... Warum guckst du jetzt so? Riech mal. Die... Doch, es riecht wirklich... Ich wäre da nie drauf gekommen. Ganz bisschen. In diesem Fall ist es aber Hundesperma. Komm, nimm noch zwei mit. Ja, ich nehm noch zwei mit hier. Also wie gesagt, ich hab den noch nie gegessen, aber ich bin mir ziemlich sicher. Weil er nach Wichse riecht? Oder... So, was fehlt dir jetzt? Mein Buch? Nein. Meine Kappe? Genau. Die habt ihr vergessen aufzusetzen. Ich hab das genau wie beim Kind gemacht. Ich hätte nie gesagt, du hast deine Kappe vergessen, sondern wir fragen, was fehlt dir? Sehr gut. Du weißt ganz genau, wie man damit umgeht. Absolut. Ich hab mir gerade noch eine Kurzstrecke angeguckt. Die Vorbereitung. Ja, sehr gut. Mit Heike Mackertsch, mit Ralf Schmitz und mit Tané. Das sind aber drei. Ja, genau. Aber immer nur so eine Minute. Ist deine Aufmerksamkeitsspanne so kurz? Nee, ich musste ja los. Ich musste noch frühstücken und dann hierhin und ich hatte keine Zeit dafür. Guckst du dir Sachen von anderen anderen? Oh, das sieht interessant aus. Siehst du auf Auftritte von KollegInnen? Sorry, aber der ist riesig. Da ist ein Riesenpilz. Also ich bin schon groß. Ich wollte euch nicht unterbrechen, aber... Ui, ist der interessant. Ja, hol mal. Aber ist der giftig? Greift der nicht an? Nein, ich glaube, das ist ein Riesenschimmling. Aber ich bin mir nicht sicher, der muss einen beweglichen Ring haben. Hol doch mal den schönsten, den mittleren. Also ich hol jetzt mal diesen Riesenschimmling. Die schick ich auch dann rein. Jacke kaputt? Nee, aber passiert bestimmt noch. So, sieht sehr gut aus. Pass auf, dass das nicht in die Lamellen fällt, fällt dir Dreck. Und jetzt gucken wir, ob der Ring... Er sieht sehr schön aus. Ob der Ring beweglich ist. Kannst du den Ring... Guck mal, kann man drehen? Den kann man drehen. Dann ist das ein Riesenschimmling, den kann man sehr gut essen. Erste Effer? Ja. Wenn der fest angewachsen ist, sollte man ihn nicht essen. Aber man kann den so schieben. Aber ist der Ring essbar? Jetzt habe ich ihn weggemacht. Probier mal. Nein, das ist alles harmlos. Kann man... Ja, ist er. Wolltest du mich gerade anspucken? Nein. So, schneid da oben ab und dann nehmen wir den mit. Okay, du kommst jetzt mit, Riesenschimmling. Superpilz. Das ist ein Superpilz. Der hat hier so Schuppen... Und der ist auch schön. Der ist schön, ne? Der ist schön. Aber er schmeckt halt scheiße. Einmal nicht aufgepasst. Aber es geht ihm gut, dem Frosch. Es ist ihm nichts passiert. Aber das ist jetzt auch so was, was ich mit den Kindern gemacht hätte. Entschuldigung, wir unterhalten uns hier gerade. Mist. Für uns hier nicht zum Drehen und Interview machen, sondern... Ich kann auch, wenn euch das zu weit im Dixies fall, das sind ja tolle, große, viele. Tolle? Heißen die so? Geh mal drüber, oben drüber. Kannst du balancieren. Ja, aber der ist total klitschig. Ja, ja. Aber... Das würde ich jetzt auch meinen Kindern vorschlagen. Ja wirklich? Damit du deine Ruhe hast? Ja, den hatten wir schon. Das ist der gemeine Hallimarsch. Ich hab eigentlich keine Lust, den auch noch zu kochen. Aber wir nehmen den mal mit. Die sind... Ich muss mal kurz überlegen, ob das wirklich der ist. Wir müssen uns die nachher alle nochmal angucken. Ja bitte. Du bist aber schon so ein richtiger Pilz-Sammler. Du weißt, was da cool ist. Naja, ich hab mir das selber beigebracht. Und ich hab hier in der Liste mit. Mit allen, die ich schon gegessen habe. Guck mal hier. Das sind jetzt 31 fast. Die hab ich alle mir selber bestimmt und hab die dann gegessen. Und jedes Jahr soll einer noch dazu kommen. Der gemeine Rettich-Helmling. Ist aber giftig. Das ist verschimmelter Röhrling. Das ist, glaube ich, ein Wiesenschampion. Hab ich auch noch nicht gegessen. Du erfindest doch die ganze Zeit einfach Pilznamen. Das ist es doch. Oder? Das kannst du dann nachher in den Kommentaren lesen. Das ist, glaube ich, der weiße Rasling. Weiß ich aber auch nicht. Nehmen wir mal mit. Das ist ein Pilz, der vom Pilz befallen ist. Das ist ein Frosch. Mischel Rasling. Aber ich weiß es nicht genau. Das ist dieser hier. Das ist der nebelgroße. Nebelgraue. Der nebelgraue Rötelritterling. Rötel. Rötel, achso. Der nebelgraue Rötel, auch Nebelkappe genannt. Sag das dreimal hintereinander. Nebelkappe. Nebelkappe. Nein, nebelgraue Rötter. Ich kann es nicht mal einmal. Nebelgrauer Rötelritterling. Nebelgrauer Rötelritterling. Nebelgrauer Rötelritterling. Nebelgrauer Rötelritterling. Der Stöcke. Stockschwämmchen. Stockschwämmchen. Das ist doch was Einfaches. Ja, der ist halt der Verwechslungspartner zum Gifthäubling. Aber klar, machen wir. Ja. Könnte der Gifthäubling ... Ich habe den Gifthäubling eigentlich noch nie gesehen. Hat denn überhaupt schon mal jemand gesehen? Ja, ich habe heute noch ein Video gesehen. Es gibt ja so ganz lustige, viele Pilzvideos. Am Anfang sagen wir immer, trüff, trüff, liebe Pilzfreunde. Und filmen sich dabei selber. Allein im Wald. Ist das so wie Petri Heil quasi? Genau. Trüff, trüff? Ja. Wegen Trüffel oder was? Richtig. Jetzt ist er weg. Jetzt ist er abkommen. Den kannst du mal rausziehen und dran riechen. Ich weiß nicht, ob der das ist, den ich meine. Aber du wirst es riechen. Kannst du mal rausziehen und dran riechen? Das ist so ein Satz. Da hätte ich früher eine Palette. Aber heute im Erwachsenen-Zustand war ich das nicht mehr. Aber lustig ist es trotzdem. Ich komm da gar nicht drauf. Kannst du mal rausziehen und dran riechen? Natürlich. Wie doof bin ich? Komm, zieh raus. So, und jetzt riech mal an den Lamellen. Von innen quasi. Überleg. Da ist er es auch nicht. Der riecht nach Klapp. Das ist ja gar nicht. Wie Schampi. Nee, dann ist er es nicht. Nee, tut mir leid. Ich dachte, dass der gemeine Knoblauchschwindling. Aber der hat einen schwarzen Stiel. Der sieht ganz ähnlich aus. Aber der hat jetzt keinen schwarzen Stiel. Sonst riecht er nach Knoblauch. Vielleicht finden wir noch einen. Willst du mit schwarzem Stiel? Ich hab nur leid. Was hast du? Was hast du für Probleme? Es tut mir leid. Der ist schuld. Der hat angefangen. Jetzt kann er. Ich distanziere mich von diesem Teammitglied. Nein, du hast angefangen. Ja. Das ist wirklich. Womit hat er angefangen? Vom schwarzen Stiel zu lachen. Achso. Der Wald ist wirklich ein therapeutischer Ort. Finde ich. Ja, gerne. Ich bin wirklich gerne im Wald. Hier sind so kleine. Ja, habe ich schon gesehen. Achso. Das sind die. Das sind Schwefelporlinge. Nee, Schwefeldinge. Ich hab wirklich das Gefühl, dass der Flo eigentlich gar nicht zum Dreh hier ist, sondern wirklich um Pilze zu sammeln. So langsam ist es scheißegal, worüber wir uns so halten. Hier ist ein Pilzer. Entschuldige. Ich hab nur das Gefühl, ich hab das letzte Mal mehr. Die tiefsten emotionalen Momente aus dem Leben von Johann König und Flo. Dein Pilz. Sorry. Okay, ich sag nichts mehr. Aber letztes Mal hast du auch mehr gefunden zum Beispiel. Das stimmt, ja. Hier ist zum Beispiel ein Backstein. So, riech mal. Der riecht nach Knoblauch. So. Wie Bärlauch riecht der. Genau. Es ist der Knoblauchschwindig. Obwohl, guck mal. Der ist nur unten schwarz. Der Stiel. Aber der ist. Der kommt in die Pilzpfanne. Wenn du Knoblauch magst. Voll gerne. Und das ist eine super Würze. Den finde ich voll gut. Ja. Dann brauchen wir noch den Pfefferröhrling. Dann haben wir Knoblauch und Pfeffer. Das ist ein schöner Pilz. Finde ich. Oder? Da werden wir doch alle satt von. Der wird ganz klein gehackt und dann kommt er in die Pfanne. Ja. Nein, aber wirklich. Der riecht richtig aromatisch. Haben wir nicht mehr von? Weil das ist ein bisschen wenig. Ja. Wo habe ich den her? Auf dem Brot, glaube ich. Da. Da. Ja. Was ist denn mit Flo los? Von der Pilznerd. Du sammelst doch heimlich Pilze. Ich will, dass ihr satt werdet am Ende. Ja, das ist aber nett. Nee. Glaube nicht. Und nicht sterbt dabei. Aber das wäre mir auch recht, nicht zu sterben. Kriegen wir das hin? Also grundsätzlich ist es nicht aufzuhalten. Aber heute würde ich gerne nicht sterben. Johann, du sagst gar nichts. Nee. Nee. Die sind auch zu klein. Lass mal weitergehen. Aber doch mal auf die Frage zurückzukommen. Wir werden heute nicht sterben, ne? Nein. Nein. Gut. Es sei denn, dass ich mich total vertan habe, ne? Der sieht schön aus. Ja. Das ist, glaube ich, ein Wiesenschampion. Ich habe hier auch noch nicht gegessen. Aber können wir eigentlich versuchen? Nein. Können wir nicht. Ich. Wir nehmen ja nur meinen mit. Bist du nicht risikobereit irgendwie? Also ich bin schon risikobereit, aber ich hänge halt auch schon am Leben. Ja. Die Hühner legen auch Eier, ne? Ja. Wieso? Also ich könnte auch einfach nur ein Ei essen. Ja, aber so ein paar, wo ich mir sicher bin, die probierst du. Okay. Komm, wir müssen weitergehen. Ist das der weiße Rasling? Ja, ich glaube. Weil der so schnell ist? Das Aushalten von nicht funktionierenden Pointen, das kann ja auch nicht jeder. Ja. Bei dir habe ich den Eindruck, du kannst es sehr gut. Wobei natürlich alle deine Pointen hervorragend funktionieren und wenn, liegt es nur am Publikum. Aber du kannst ganz gut auch aushalten auf der Bühne, ne? Ja. Das macht mir großen Spaß. Ja. Auch jetzt zum Beispiel kann ich sehr gut aushalten. Und bei so einem Abend, da können die Leute auch nicht umschalten, ne? Die können halt rausgehen. Aber es ist wirklich so, dass ich Albträume habe tatsächlich, dass ich meinen Text vergesse und dass die Leute rausrennen aus dem Theater. Es gibt immer wiederkehrende Träume. Ich habe ja im nächsten Jahr ein neues Soloprogramm. Ich habe jetzt schon von der Premiere geträumt, dass die in die Hose geht. Und ist der, da ist ein Flugzeug. Hubschrauber. Ja, ist ein Hubschrauber. Hubschrauber. Wenn man das sagt, dann ist es okay, dass der Ton schlecht ist. Also ich habe quasi ein halbes Jahr vor der Premiere des Programms, habe ich schon von der Premiere geträumt, dass ich keinen Text habe, dass ich das mit meinem Bruder zusammen mache, das Soloprogramm. Und dass die Leute rausrennen. Dass vorne in der ersten Reihe einer sitzt und sagt, ich merke schon, dass das nicht lustig ist, ne? Und dann ist es hell und der absolute Albtraum. Das hat mich selbst überrascht, weil ich habe überhaupt keine Angst davor. Aber was sagt mir so ein Traum dann? Du solltest doch Angst haben? Ja. Also man will schon geliebt werden. Heißt das das? Weiß ich nicht. Willst du geliebt werden? Nein. Also ich mache das nicht deswegen. Ich bin ja auch nicht auf der Bühne, weil das meine Erfüllung ist, sondern weil die Leute lachen. Ich sehe mich eher als Dienstleister, weil wenn die nicht lachen würden, würde ich das nicht machen. Würdest du denn was anderes machen, wenn die Leute sozusagen, wenn es was anderes gäbe, dass du jetzt plötzlich machst? Zum Beispiel stell dir mal vor, du hast 16 Jahre eine Late Show gemacht und plötzlich triffst du dich mit Leuten und gehst mit denen Pilze sammeln und das wollen die Leute viel mehr sehen. Würdest du dann sagen, na gut, wenn ihr es wollt, dann gehe ich halt mit den Leuten jetzt Pilze sammeln, statt eine Late Show zu machen? Auf jeden Fall. So, das ist Dienstleister. Das ist Servicegedanke. Und das hast du nicht. Doch, ich mache es ja. Ja, ja. Aber du würdest lieber wieder Late Night machen. Ja, da müsste ich halt nicht raus. Ich habe einen sehr, sehr warmen Studio und hätte trockene Füße. Ja. Wir haben ja dieses Gipfeltreffen, dieses Format mit Sträter und Schubert. Ja. Und dann habe ich immer gedacht, was ist das für eine Scheiße. Das wird auf keinen Fall ein Erfolg werden. Die YouTube-Kommentare nach der ersten Sendung waren, was für eine Grütze, bitte mehr davon. Ja. Das große Dummgelaber, love it und so. Ja. Und ich dachte, das kann nicht wahr sein. Und das ist, ich bin so hin und her gerissen, weil ich sitze da und bin ein bisschen verkrampft und rede auch nicht gerne da frei. Und trotzdem ist das ein großer Erfolg. Und das mache ich auch nur, weil die Leute das gut finden. Ja. Ich mag das nicht. Ich bräuchte das nicht. Aber siehst du, und da schließt sich so ein Kreis wieder, vielleicht willst du eben doch geliebt werden. Weil du machst etwas, was die Leute gut finden für die Leute. Weil du geliebt werden willst. Nee. Ich werde von meinen Kindern geliebt. Das reicht mir. Ja. Angeblich auch von meiner Frau, aber... Ähm. Ah, da sind auch Frische. Ach, guck mal. Hier sind ganz viele Schöpf-Tinklinges. Sehr gut. Sehr gut. Das ist schwarz. Damit kann man schreiben. Hier. Das ist Tinte. Damit haben die früher geschrieben. Krass, ne? Der ganze Pilz löst sich auf und wird zu schwarzer Flüssigkeit. Und im Frühstadium kann man die essen. Jetzt nicht mehr. Jetzt kannst du die trinken. Ah. Ah. Herrlich. Da geht mir echt das Herz auf. Kannst du dir das vorstellen? Ja. Das ist aber schön. Herrlich. Da freue ich mich aber. Und wo nach riecht der? Hallo. Der riecht nach Urin. Ja. Ja, das ist von den Hunden. Aber das ist ja nicht ungesund, Urin. Nee, das ist sogar sehr gesund. Aber wenn du noch Tinte haben möchtest, kannst du die mitnehmen? Ich habe noch genug Tinte auf dem Füller. Ich kann nicht. Warum ist das heute so? Ich weiß nicht, wo das herkommt. Das ist nicht mehr so. Ja. Fick dich selber. Aber hier. Aber wenn du dir den in ein Glas legst, kannst du dir das vorstellen? In ein Glas. Hör auf jetzt. Dann hast du irgendwann da schwarze Flüssigkeit drin. Boah, toll. Ich kann mir nichts Besseres vorstellen. Brauner Rasling. Ach, wir lassen das. Nee, guck mal. Der hat einen viel dickeren Stiel hier. Ja, das ist der nicht. Das ist ein anderes. Das ist der bisschen. Die kleinen, frischen da. So ist das die gleiche Lorte. Ja. Das ist gut. Das ist, glaube ich, ein Glimmer-Tintling. Ein Glimmer-Tintling? Sollen wir mal in die Köhler-Hütte reingehen? Pierre, was ist denn eine Köhler-Hütte eigentlich? Äh, da wird Kohle gemacht. Wie viel Kohle machst du so? Also nicht in so einer Hütte, ne? Nee. Aber genug. Ist dir Geld eigentlich wichtig? Ich habe immer gedacht, ich habe genug Geld. Also schon als Student. Dann habe ich eine Ausbildung gemacht zum Krankenpfleger. Da habe ich 1.100 Mark im Monat verdient. Als Krieg in der Ausbildung. Da dachte ich, Wahnsinn. 1.100 im Monat. Dann habe ich 400 Euro Mark bezahlt für das Zimmer im Schwesternwohnheim. Das war, und dann hatte ich ja noch, wie viel übrig? 700 Euro. Mindestens, ja. Und dann im zweiten Jahr habe ich 1.300 Euro verdient. Und dann habe ich studiert. Und dann, also ich fand immer, dass ich, ich hatte immer genug. Und ich fand, ich war auch immer glücklich. Egal, was ich gemacht habe. Mit einem Sonntagskind. Und ich habe überlegt, so heißt auch meine Biografie. Ein Sonntagskind. Ich war auch immer zufrieden. Also, ich weiß nicht, wie das klingt. Aber das klingt ja auch so, dass ich mit wenig zufrieden bin. Kann man auch sagen. Also, aber ich fand mein Leben immer gut. Also, ich wollte ja Lehrer werden. Als Lehrer weiß ich nicht, ob ich jetzt so zufrieden wäre wie jetzt. Ich hätte halt viel mehr, viel mehr Arbeitszeit. Und trotz der Ferien. Ja, aber ich war auch in der Ausbildung. Ich bin um 5 Uhr aufgestanden. Wieso? Weil ich in die Frühschicht musste. In der Krankenpflegeausbildung. Und da habe ich, dachte ich auch, ja, ist ja nicht schlimm. Und jetzt würde ich denken, warum? Ja. Also, ich könnte nicht mehr zurück. Bin versaut, kann man sagen. Aber es ist doch total schön, sich mit wenig zufrieden zu geben. Das heißt, du strebst dann auch gar nicht sozusagen nach mehr Luxus, mehr Besitzen, noch mehr Waldhäuser. Oder noch mehr Oldtimer? Ja, ich habe einen Oldtimer, den habe ich ja schon seit 15 Jahren. Also länger als die Kinder. Das heißt, das war eher so aus Langeweile. Die Kinder jetzt? Nee, der Oldtimer. Okay. Aber erzähle ich dir nachher, wenn wir drin sitzen. Ja, hast du mir glaube ich auch schon mal erzählt. Ja. Dann kannst du es mir auch erzählen. Ja. Guck mal, ob du was behalten hast. Ja, habe ich. Das ist nämlich ein Oldtimer von einem Posaunenbauer. Ja, richtig. Und der stand auf der Straße. Und dann hast du gedacht, das ist aber ein schönes Auto. Es gibt keine schönen Autos mehr hier in Deutschland. Und dann dachte ich mir, der ist ein schöner Auto. Ja. Das ist ein schöner Auto. Und dann hast du bei dem geklingelt, hast du herausgefunden, wer das ist. Ja. Indem du einfach eine Posaune nachgemacht hast und geguckt hast, wer das Fenster macht auf. So ungefähr. Und dann hat der Posaunenbauer gesagt, so ein Zufall, ich wollte den gerade annoncieren. Mhm. Ja, ja, sehr gut. Sehr gut. Und dann hast du ihn gekauft. Obwohl du ja gar keine Ahnung von Autos hast. Richtig. Du weißt, nur vorne ist der Motor und dann kommt da PS raus. Richtig. Sehr gut. Kennst du den Witz mit der goldenen Tubach? Nee. Da sagt einer morgens, boah, gestern auf der Party. Ah, nee, jetzt habe ich schon verraten. Scheiße. Nee, wie geht der doch? Ah, gestern war ich auf einer Party. Die hatten ein goldenes Klo. Quatsch. Doch, die hatten ein goldenes Klo. Glaube ich dir nicht. Komm, wir gehen mal hin. Und dann zeig ich dir das. Dann klingeln die da morgens, wo die gestern auf der Party waren. Und dann öffnet eine Frau und dann sagt, Entschuldigung, Sie haben doch ein goldenes Klo, oder? Dann sagt die Frau, Erwin, hier ist der Dude, der dir in die Posaune geschissen hat. Komm, lass uns. Ja. Ich habe die Pointe geahnt. Ja. Komm, wir gucken mal in die Köhler. Ja. Was da so ist, ob der Horst da drin sitzt. Ach, da lässt sich doch was draus machen. Ja, finde ich auch. Ich würde alle Pimmelwitze drin lassen. Ja. Und drumherum so Schnittbilder vom Grünen. Das ist eigentlich das Prinzip von jedem unserer Filme. Pimmelwitze mit Schnittbildern drumherum. Pimmelwitze mit Schnittbildern drumherum. Cool. Ja, der kann 130 fahren. Ja. Und dann brauchst du auch einen Helm. Und du hast, hast du jetzt gehört, dir Wald? Zu dem Grundstück gehört ein bisschen Wald. Da sind Rehe und alles Mögliche und Wanderer. Auflaufen Wanderer auf unser Grundstück und sagen, wo geht es denn hier lang? Und je nachdem, wie meine Frau drauf ist, werden die dann freundlich begrüßt. Und zwar so. Genau. Seit wann hast du das? Oder habt ihr das? Boah, weiß ich nicht. Seit zehn Jahren oder so. Also Köln geht irgendwann auf den Sack, das ist unfassbar laut und dreckig und stinkt. Und wir wussten immer, was wir in die Natur wollen. Jedes Wochenende. Und jetzt ist das mein, das Haus, wo ich zum Arbeiten hinfahre. Da kann ich meine Texte laut sprechen. Da kann ich rumschreien. Ich singe ja auch auf der Bühne und ich brauche dafür eigentlich ein Haus für mich. Weil wenn ich, wenn ich weiß, meine Frau ist ein Stockwerk unter mir oder im Nebenzimmer, dann bin ich, dann kann ich das nicht. Das ist gehemmt. Dann bin ich gehemmt. Dann kann ich nicht. Das tut mir auch leid für sie. Aber das ist auch, selbst wenn sie im Keller ist, ist es ein anderes Gefühl. Und zum Arbeiten bin ich ganz, bin ich am liebsten ganz alleine. Aber nur für eine bestimmte Zeit. Also du willst dann schon wieder zurück in dein Köln? Ja, weil sonst würdest du ja ganz in den Wald ziehen. Ja, das Problem ist ja, das Haus hat keine Heizung und der Vorbesitzer, der hat zu mir gesagt, Herr König, Herr König, kaufen Sie es nicht. Hier ist keine Sonne, da wird es immer feucht. Ich würde es nicht kaufen. Und das hat mich einfach, sowas stachelt mich einfach an. Ja. Wenn mir einer sagt, mach es nicht. Es geht doch nichts über einen frischen Apfel vom eigenen Apfelbaum. Und auch heute waren wir wieder im Wald unterwegs. Und was wir da gefunden haben, das wird uns unser Pilzexperte Johann jetzt mal genauer erklären. Hallo Johann. Schönen guten Nachmittag. Ich habe eine Pilzpfanne vorbereitet. Oh. Wir haben hier wunderbare Schopfzindlinge gefunden. Und hier haben wir, wie du weißt, in die großen Riesen Schirmlinge. Das ist aber ein großer Riesen. Ja. Ja. Erstmal tun wir von Öl in die Pfanne. Und den nächsten. Und dann nicht hier rumlabern. Ja, sehr gut. Und was wir jetzt noch braten, sind die Riesen Schirmlinge. Riesen Schirmlinge. Hier, Stiel abschneiden, Stiel abschneiden und reinwerfen. Ja, so. Und ein bisschen zügiger. Ist doch stiellos. So wie sie so sind, reinwerfen? Ne, andersrum. So rum. Aber nicht kleinschneiden. Genau. Eigentlich macht man da Ei drum. Das ist eigentlich total verkehrt, wie wir das machen. Den würde ich durchschneiden, sonst liegt der nicht gut. Aber der ist jetzt auch kein Platz. Wir lassen das jetzt. Der sieht auch nicht lecker aus hier. Ja, ich meine, das ist einer. Ich meine, das ist einer. So, ich drehe die mal um. Weil willst du das machen? Das mache ich gar nicht mehr, weil da habe ich schlechte Erfahrungen. Und vorher eins kaufen? Ne, nicht, nicht, nicht. Ich dachte, das macht man so. Nein, ruhen lassen. Die brauchen Ruhe. Ach so, aber die müssen doch auf der anderen Seite. Verbrennen die doch. Guck mal, jetzt läuft das Wasser raus. Das darf man nicht machen. Aber das Wasser läuft doch nur raus, weil es heiß wird. Nein, nein, nein. Okay. Das war nichts. Aber man soll ja auch was lernen. Ich habe jetzt was gelernt. Ruhen lassen. Guck dir das an. Ich bestelle immer was. Ist ja nicht schlimm. Eigentlich macht man es auch mit Butter und auch mit einer besseren, was auch nicht heiß genug. Also alles. Also eigentlich macht man es ganz anders. Okay. Aber ich dachte, für die Kurzstrecke reicht es. Wir müssen uns eigentlich noch ein Ei drüber schlagen. Soll ich ein Ei holen bei den Hühnern? Hedwig? Eins der Hühner heißt Hedwig, ne? Wie komme ich denn da rein? Ja, versuch's. Das ist ja hab ich sicher. Das ist hab ich? Muss irgendwo ein Loch finden. Also. Nee, nicht so weit oben. Okay. Nett. Ah, nee. Da so rein, meinst du? Hier so rein? Da darf ich rein? Ja. Woher wissen die, dass ich kein Haarbicht bin? Das sind ja nicht Schuhen. Okay. Weißt du, wo da der Stall ist, ne? Ja. Das da. Nee. Hier ist der Stall. Ja. Klappe öffnen. Hier die Klappe? Reinschieben, hochziehen. Ah, war's. Diebstahl sicher. Ah. Das sind vier Eier. Oh, sehr gut. Also ernsthaft jetzt? Soll ich die alle mitnehmen? Ja. Sind die noch warm? Die Hühner? Weiß nicht. Ja. Die ist ganz süß. Die lässt dich streichen. Ja. Die ist ganz süß. Die lässt dich streichen. Hey, du bist ja ganz toll. Also. Keine Ahnung, aber ich denke mal. Ich kann die nicht auseinander halten. Die Hühner wollen mich davon abhalten, dass ich ihre Eier klaue. Ihr habt völlig recht. Muck, 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 muck. Kids. Ja, ja. Du kannst ja die Hühnersprache. Ja, ich kann. Ich hab so Angst die Eier kaputt zu machen. Komm. Dann gib mir die Eier. Nimm dir die Eier. Die sind ja noch warm. Oder ist das jetzt von dir? Die, was hab ich gelegt? Ich hab... Ich hab... Vielen Dank. Das ist ja nett. So. Huiuiui. Nicht, dass der Robert... Glaubst du, du kannst so ein Eier drücken? So mit der Hand hoch? Ja. Ich versuch mal. Eigentlich geht das nicht. Du gibst dir gar keine Mühe. Ah! Ich weiß nicht. Nee, eigentlich geht es nicht. Eigentlich geht es nicht. Nein, wirklich nicht. Nee. Weil die Eierschale sich durch den Druck verstärkte ihre Widerstandskraft. Ja, hat man ja gut gesehen. Und vielleicht sind die zu frisch jetzt. Aber... Oder vielleicht... Aber eigentlich geht es nicht. Also ich hab das mit vielen Freunden schon gemacht. Die haben es nicht geschafft. In welchem Zustand war der da? Willst du auch probieren? Auf gar keinen. Okay. Ähm, gut. Dann haben wir noch drei. Die Konsistenz ist echt fies. Also matschig, ne? Aber ähm... Also die kriegt man nicht knusprig gebraten. Das ist so bei den Schopfdäntlingen. Wir können ja auch noch gleich deine Champignons machen. Vielleicht guckst du dann anders. Schmeckt dir das? Ja. Also... Irgendwie schmeckt der... Aber das ist normal, dass der so schmeckt. Also schmeckt ein bisschen... Als hätte den schon mal jemand gegessen. Mhm. Oder? So einen kleinen... Ja, hast recht. Ja. Da müssen Nudeln dabei. Ich hau jetzt noch ein Ei hier rein. Dann schmeckt das auch ein bisschen nach Pilz. Oh, wo ist denn der kleine Knoblauchpilz? Hm. Da ist er! Ja? Ja. Okay. Cool. Was machen wir denn? Schmeiß rein. Hier. In schönen Saft. Isst du auch ein Ei? Ich esse sehr gerne. Ja? Ja. Wo ist jetzt der... Der Knoblauchschwindling? Hast du den? Den habe ich da reingebrochen und dann... Ja, wo ist er jetzt? Ist jetzt untergetaucht. Der ist einfach kaputt. Ist das der hier? Naja, ich sehe ihn auch nicht mehr. Aber der ist ja nicht giftig, ne? Der ist auf keinen Fall. Der ist auf keinen Fall. Der ist auf keinen Fall. Wenn das ist, ist es auf gar keinen Fall ein giftiger Kuss. Prost. Aber guck mal, wie toll... Ich möchte nochmal sagen, wie toll das aussieht. Und das ist... So sieht... Was ist ein Supermarkt-Ei? Da weißt du... Den Unterschied zwischen Eigelb und Eiweiß sieht man ja gar nicht mehr. Und das ist ein richtig... Ich kenne das gar nicht mehr. Wie sehen die aus? Supermarkt-Ei? Die sind eckig. Und innen drin grün. Und das ist noch ein richtiges, schönes Bio-Ei. Mh... Super. Guck mal! Da ist er! Aber ich... Wollen wir jetzt den teilen? Ne, iss du den mal und sag mir, wie er schmeckt. Ja, ob du Knoblauch schmeckst. Mh... 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 Komm, pass auf, wir schneiden den durch. Außerdem ist es der Einzige, den wir gefunden haben. So. Fällt's auch blöd, wenn nur einer von uns stirbt. Ich will gar niemanden stirben. Ok. Ich würde auch von euch. Ich würde gerne kein Leben. Ich hatte noch nie eine Pilzvergiftung. Sind auch schöne letzte Worte. Der Ventilator hängt aber tief. Auch schöne letzte Worte. Mh... Mh... Ich weiß gar nicht, was ich besser finde. Schmeckst du was von dem Pilz? Doch, ja. Nee. Ich schmecke gar nichts. Aber das Ei ist gut. Das Ei ist richtig gut. Das ist aber auch, wenn man das draußen isst, ist das noch besser. Und wenn keiner zuguckt. Ja. Aber... Wir müssen jetzt noch einen Stall sauber machen. Nein, wir müssen nicht. Und dann müssen die Hühner in den Korb. So, wir machen jetzt den Stall sauber. Damit die Leute denken, ich mach das Regeln mehr. Okay, ich bin drin. Kannst du mich sehen? Folge einfach meiner Stimme. Nee, ich mach das nicht. Sonst kommt ein Habicht und ruft mir Haare aus. Ja, bestimmt. Ja. Dann kann man gut. Kann man gut. Kann man gut machen. Wäre vielleicht besser auch. So, dann müssen wir das jetzt hier mal abmachen. Ach, ist ja gar nicht so voll. Na dann. Oh, 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 oh. Komm, wir nehmen das mal ab hier. Kannst du das nicht filmen? Ach so, sowieso ist da drin? Du schimmelst die Hühnerscheiße. Okay. Ich weiß wirklich nicht, wie man das macht. Vielleicht die Stangen raus. Ach, unten raus, stimmt. Ah. Er hat das wirklich noch nie gemacht. Er hat das wirklich noch nie gemacht. Ja, 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 ja. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ja, ja. Ach, schau mal. Das ist doch super convenient. Ich weiß doch, wie es geht. Hier. So. Halt du mal die Klappe, bitte. Na ja. Oder tut es sich da rein. Ach, du meinst die? Ja. Ich lass nun ruhig sein. Nein. Ach so. Und jetzt neu auslegen. Hier. Die neu auslegen. Ich dachte, ich soll da reinkacken. Entschuldigung. Ach, Pierre. Ach, man. Komm. Jetzt reicht es auch. Das reicht jetzt wirklich. Guck mal, du liest ja auch die Süddeutsche. Ja. Ich auch. Und reinschieben. Ach, das war jetzt aber einfach. Das war echt einfach. Das stellen die sich eigentlich so an. Und jetzt Hühner in den Korb. Und dann haben wir es auch, oder? Okay. Was heißt die denn im Korb? Na ja, da vorne steht ein Korb. Reinreifen? Ja. Und dann müssen die alle rein. Und dann... Gehen die da freiwillig rein? Ja, je nachdem. Das sieht ja so aus, als würden die den Kopf immer nach hinten und nach vorne strecken. Beim Gehen. Würden die so machen. Stimmt aber nicht. Was machen die dann? Der Kopf geht nur nach vorne. Und dann wird der Körper darunter hergeschoben. Und dann geht er wieder nach vorne. Das heißt, die müssen... Genau. Das sieht aber im Schnelldurchgang so aus, als würden die immer so hin und her. Aber die müssen kurz den Kopf stillhalten, um ein scharfes Bild auf der Netzhaut zu kriegen. Und das ist aber eine optische Täuschung. Und die sind an sich... Sind Hühner ja viel... Hühner können ja sich Gesichter merken und auseinanderhalten. Ja. Zum Beispiel uns beide. Uns beide, die kennen uns. Ja. Hühner sind übrigens in der Lage, sich bis zu 100 Gesichter ihrer Arztgenossen zu merken. Ja. Mhm. Ich weiß, ich bin Klugscherzer, aber es stimmt. Und woher weiß man das? Das sieht man, wenn die untereinander dann sehen. Ach hier! Bist du nicht auch ein Huhn? Ja. So. Ja. Das klingt logisch. Die sind nämlich gar nicht so dumm, wie man immer denkt. Ja. Ich habe gelesen, dass sie bis vier zählen können. Und Katzen nur bis drei. Katzen können nur bis drei? Hühner sind Katzen intellektuell überlegen. Mhm. Aber nur um einen. Ja. Die sind gar nicht so dumm, wie man immer sagt. Ja. Geht. Und was passiert jetzt mit denen? Einfach damit, er habe ich die so besser findet oder? Nee, die kommen, die bringe ich jetzt wieder nach Köln. Also wir können die jetzt in den Alpha tragen. So, hier ist es glitschig, ne? Weißt du? Ja. Ja, pass. So, dann bringe ich dich wieder nach Köln. Sehr schön. Dann kommst du allein zurecht, ne? Ja, ich bleib dann einfach hier und passe aufs Haus auf. Ne? Und wenn der Habicht kommt, wie soll ich reagieren? Ja, was will er? Hühner? Sagst du, Hühner hab ich nicht. Gut. So, müssen wir uns jetzt verabschieden? Es war mir eine große Freude. Ja. Danke. Mir auch. Es war schön. Es war schöner als beim ersten Mal. Wir machen das jetzt nächstes Jahr, weil es findet sich bestimmt irgendwie jemand, der das Ding hier wieder offline nehmen lässt. Ja. Ich zum Beispiel. Tschüss Agathe. Tschüss Hedwig. Tschüss Pilla. Tschüss Ferdinand. Tschüss Hilda. Wie hieß er nochmal? Johann. Tschüss Johann. Hey Leute. Ich weiß, wo der Weinkenner ist. Ja, aber da könnte man ja auch Parkplätze hinmachen. Na klar. Ich würde hier Parkplätze hinmachen. Zwei Kiosse. Einen mit Pilzen und einen mit... Mit Pilzen. Bist du dabei? Hilfst du mir? Das ist voll gut. Ich helfe dir. Hörst du das? Hm? Hörst du diese Ruhe? Ich hör nichts. Das ist gut. Das ist gut. Hab ich's? Nein. War nur ne Fliege. Die sehen ja auch größer aus im Fernsehen. Danke Johann. Gerne. Sehr gerne. Wir sehen uns wieder. Wir sehen uns wieder. Wo auch immer. Vielleicht ja wieder bei der Kurzstrecke. Ja. Das war jetzt die letzte. Dieser Staffel. Und selbst wenn's nicht weitergehen sollte. Wir werden auf jeden Fall gemeinsam weiter Pilze sammeln. Einmal im Jahr. Johann und ich. Komm doch mit. Und wenn du schon mal dabei bist, dann schau doch auch ein paar andere dieser schönen Videos in diesem wunderbaren Kanal an. Lass ein Abo und ein Like da. Und ein Kommi. Und besuch uns in der ARD Mediathek. Scheiße. Hahaha. Ja. 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 Ja.